Saison Nummer 1 nach Christian Streich steht an. Kann der SC Freiburg an die erfolgreichen Jahre anknüpfen oder muss man jetzt erstmal den Blick Richtung Abstiegskampf richten? Das wollen wir uns heute anschauen und deswegen herzlich willkommen zur Bundesliga-Vorschau der SC Freiburg. Zuallererst gucken wir uns natürlich das vergangene Jahr an. Man landet am Ende auf Platz 10 und das durchaus solide und genau das ist es, was man in Freiburg am Ende auch erstmal primär erwartet. 42 Punkte, dabei 45 Tore geschossen, aber auch 58 kassiert, muss man sagen. Man ist in dieser Saison so ein bisschen unkinkonstant. Man hat immer wieder Probleme, mal auch eine längere Zeit über Spiele dauerhaft zu gewinnen. Man hat immer wieder Spiele dabei, die man verliert, die man eigentlich in den vergangenen Jahren immer gewonnen hat, denn nicht umsonst gibt es diese Preisgauner eigentlich. Das bedeutet, dass man Punkte holt, die man eigentlich nicht holen sollte. Das in der letzten Saison hat dann doch teilweise gefehlt, weswegen es eben nicht wieder zum internationalen Platz gereicht hat. Allerdings müssen wir hier auch sagen, ey mit Platz 10 ist in Freiburg jeder zufrieden. Dementsprechend ist das hier auch meckern auf allerhöchstem Niveau. Man hatte aber schon das Gefühl, diese Abschiedstour von Christian Streich, die hat das Ganze schon nochmal so ein bisschen überschattet und hat die Spiele auch zumindest teilweise gefühlt so ein klein bisschen gehemmt. Trainer beim SC Freiburg ist Christian Streich. Ach nee, Julian Schuster. Daran werde ich mich noch einige Jahre gewöhnen müssen, denn Christian Streich war einfach 13 Jahre lang Trainer bei den Freiburgen. Davor war er sogar noch ein paar Jahre Co-Trainer, hat als Trainer ja insgesamt 489 Spiele gemacht. Doch jetzt übernimmt Julian Schuster und da muss man sagen, das ist noch ein komplett ungeschriebenes Blatt, denn der hat vorher noch keine Profimannschaft trainiert, war vorher schon im Klub, klar, war dort als Koordinator der Talentförderung zuständig. Allerdings, was das Traineramt angeht, noch komplett neu und dementsprechend müssen wir noch komplett warten. Was genau wird seine Idee sein? Wie wird er Fußball spielen wollen? Wir wissen aber, der hat so viel unter Christian Streich gelernt, ja schon als Spieler. Dementsprechend die Verwunderung wäre bei mir jetzt nicht groß, wenn das Ganze sehr danach orientiert wird, wenn das sehr ähnlich aussehen wird, allerdings auch, das müssen wir auch ganz klar sagen, natürlich mit einem individuellen eigenen Touch. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung für mich persönlich. Plötzlich nicht mehr Christian Streich auf der Trainerbank, aber ich glaube mit Julian Schuster hat man zumindest namenstechnisch, was auch im Verein den Stellenwert angeht, eine durchaus clevere Entscheidung getroffen. Wir schauen uns als erstes die Abgänge an und hier muss man sagen, das sind Abgänge, wo ich sagen würde, es ist Marke clever. Sikwe geht nach Brügge für 3 Millionen, der wollte zurück in die Heimat, passt. Kevin Schlotterbeck wechselt zum FC Augsburg für 2,5 Millionen Euro, kann man wohl auch mitleben, war ja in den letzten Jahren auch dauerhaft verliehen, dementsprechend passt das auch. Wir haben einen Robert Wagner, der darf Erfahrung sammeln bei St. Pauli in der 1. Liga, passt auch perfekt. Darüber an Janik Keitel, der wechselt zum VfB Stuttgart. Man muss sagen, natürlich sind das teilweise Abgänge von Spielern, die auch eine Rolle gespielt haben, absolut. Aber das ist jetzt keiner der Marke-Unterschiedsspieler, der wichtigste Spieler im Kader, den man hier verliert, sondern alles Marke. Kann teilweise natürlich ein bisschen schade sein, aber kann man alles am Ende des Tages ersetzen. Ganz wichtig dabei natürlich noch anzumerken, insbesondere bei Cedillia gibt es natürlich die Gerüchte um Marseille. Jemand ist da relativ weit, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts fix. Aber dass er den Verein verlässt, das gilt als durchaus wahrscheinlich, dementsprechend. Da kann sich also doch nochmal was tun. Da ist also noch so ein bisschen Bewegung drin. Klar, das Transferfenster geht ja auch noch ein Stück. Springen wir rüber zu den Zugängen und ich finde auch hier passt das Prädikat clever einfach 1 zu 1. In Osterhage vom VfB Bochum für 4 Millionen habe ich hier richtig große Hoffnung drin. Dann in Ehrendingen schien natürlich absolut clever, den mit der Kaufoption bzw. mit der festgeschriebenen Klausel zu holen für 5 Millionen Euro. Das ist ein Schnapper am Ende des Tages. Dann in Maximilian Philipp, der kommt für eine Million vom VfB Wolfsburg. Klar, der hat jetzt die ein oder andere Station sowohl in Russland als auch in Deutschland, wo es nicht so wirklich funktioniert hat. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn eine Mannschaft das hinbekommt, dann am Ende der SC Freiburg. Und dementsprechend, ich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir in 2, 3 Jahren bei dem jetzt noch 30-Jährigen dann plötzlich wieder von einem soliden, guten Bundesligaspieler sprechen, der dann plötzlich einen Marktwert von 5, 6, 7, 8 Millionen Euro hat. Einfach weil Freiburg die Wohlfühloase ist und weil es plötzlich wieder deutlich besser funktioniert. Des Weiteren gibt es natürlich wieder Spiele aus der zweiten Mannschaft, die da hinkommen und die plötzlich wahrscheinlich auch wieder elementar wichtig sein werden. Freiburg typisch gibt es aber auch noch das ein oder andere Gerücht. Es könnte also auch noch der ein oder andere Spieler in den nächsten Wochen dazukommen. Wie immer zeige ich euch hier jetzt natürlich den Kader und ich muss sagen, mittlerweile mit insgesamt einem Marktfeld von weit über 100 Millionen Euro, insgesamt ja 181 Millionen Euro, hat man sich über die Jahre jetzt immer weiter gesteigert, in einem absoluten Mittelfeld bis langsam aber sicher sogar oberes Drittel. Also man ist wirklich kontinuierlich gewachsen und hat mittlerweile unter anderem Borussia München, Gladbach, die TSG Hoffenheim, aber auch noch weitere Mannschaften hinter sich gelassen durch konsequent gute, clevere Arbeit. Das ist richtig spannend und wenn wir uns den Kader anschauen, da sind da auch einfach spannende Spieler dabei, von vorne bis hinten, klar im Kasten in Artobolo. Da habe ich eine Hoffnung drin, der ist erst 22 Jahre alt. Wenn eine Mannschaft genau sowas machen kann, ist das eben Freiburg, aber dann hast du auch weitere Spieler. Wie gesagt, ein Cedilla, naja, der wird sehr wahrscheinlich den Verein verlassen. Du hast eine Röhl, aber immer noch im Kader. Du hast natürlich auch einen Maximilian Eggestein und wie sie nicht alle heißen, einen Soloy. Du hast einen Dingschi jetzt im Kader. Finde ich einfach geil. Du hast da durch die Bank gute bis überdurchschnittliche Qualität mittlerweile. Und wenn ich mir den Kader so anschaue, dann wird das auch alles aber definitiv nicht irgendwo nach unten gehen. Dazu aber jetzt gleich im Fazit. Ich blende euch jetzt erstmal die Ausstellung ein. Das Problem ist jedoch, wir wissen natürlich noch nicht hundertprozentig, wie wird Neutrainer Schuster am Ende des Tages spielen. Klar, wir haben jetzt schon so die ersten Eindrücke bekommen. Da kann sich hier noch alles ändern. Da kann noch alles anders werden. Wir wissen also eigentlich, dass wir noch gar nichts wissen, außer, dass die ersten Elf richtig spannend sind. Das ist eine richtig geile Startaufstellung, auf die ich total Bock habe. Wenn da vielleicht noch ein, zwei Spieler hinzukommen, auch für die Breite des Kaders, dann wird das richtig spannend und dann habe ich da richtig Bock drauf. Kommen wir zum Fazit. Der SC Freiburg hat einen richtig interessanten Kader, hat natürlich den großen Neuanfang unter dem neuen Trainer Julian Schuster. Und da wird alles nochmal zurück auf Null gesetzt, denn 13 Jahre Amtszeit gehen hier vorbei. Und das wird nicht komplett ohne Spuren sein. Das wird eine riesen Umstellung, auch für die Spieler, die ja teilweise schon Jahre da sind und dementsprechend ganz andere Dinge gewöhnt sind. Dementsprechend, das wird ein Übergangsjahr. Das ist ganz klar. Dementsprechend glaube ich persönlich eher nicht, dass es in Richtung Europa gehen wird. Also 1 bis 7 schätze ich, wenn dann nur mit einer echt exorbitant guten Leistung. Vielleicht noch so in Richtung 7. Aber ansonsten würde ich persönlich eher schätzen zu 8 bis 11. So in diesem Rahmen, wenn man da drin landet, ist das eine gute Saison, mit der man super zufrieden sein. Und selbst wenn man auf 12 oder 13 landet, wenn man nicht viel mit dem Abstieg zu tun hat, ist das okay. Der Kader ist natürlich mehr. Also der sollte nicht irgendwo da unten mitspielen. Aber man muss erstmal an diese neue Ära quasi anknüpfen, dass man damit beginnt. Und ich glaube, das wird halt so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben. Und dementsprechend kann das auch mal ein, zwei Spieltage durchaus ruppig werden. Aber wir wissen auch, wenn damit jemand klarkommt, dann Freiburg. Denn die sind nicht dafür bekannt, überhastet Entscheidungen zu treffen. Und deswegen glaube ich, man wird auch das überstehen. Deine Meinung in die Kommentare. Was sagst du? Wo werden die lang? Was sagst du zur Mannschaft? Schreib alles rein und dann sehen wir uns bei der nächsten Mannschaft.